Herzlich Willkommen, zweite Folge aus Kader Evo Thüringen. Wir düngen aktuell fleißig. Die Zeit fahren wir auf Feldnummer 22 raus. Die Dünne von Aureif. Zwei andere Fahrzeuge düngen auch noch und eine sieht aktuell so wieder aus auf Feldnummer 58. Was ich auch noch ein bisschen hinziehen werde. Leider hier ist Feld 11, also hier kommt immer die Meldung nichts fertig. Das was frei ist, ist nun nicht gewachsen. Und da muss ich heute entscheiden, heute Nacht, ob das nun bezahlt wird oder nicht. Ich möchte nicht abbrechen und das ist vielleicht kommt da noch was, aber ich glaube bald nicht dran. Das hat mir drei Fahrzeugen gemacht, aber ich habe nachts Wir haben nachts ausgesät und dann haben es dann nachts nicht geschafft, bevor die Wachstum kam. Ja und dann ist alles gewachsen und es sollte nicht so sein. Gut, abwarten. Da kann man das nicht machen. Das Geld kriegen wir sonst ja nicht. Oder gut schreiben. Da kann man so über 200.000 sein. Immerhin ne. So, Feld 22 muss man da sein. Ja gut. Ja, da sind verflungene Wegfahrer hier sind wir nur ne. Aber, es ist schwer zum Einfahren sein. Also ist hier, weil die Straßen sind für den Gegenverkehr oder hier. Einfach zu eng. Also heißt es einmal Straße und dementsprechend ganz oft auf das weitere Wege. Aber blöd wird es zum Beispiel dann, wenn doch wir ihnen entgegen kommen würden. Ja, ja. Ich habe Mist halt kippen oder Mist, ja. Für die Frauen. Dann wachsen die auch, ne? Naja, gut. Die Frauen wachsen auch so. Die muss nur jemanden haben, der geerntet, ne? Lohnzahlung, oh ist da, gut, machen wir hier weg, fahr mal rauf, alten Kurs lösen, Kursgenerierung 22, 2, ja, wenn er nicht will, dann macht er eine Längeberechnung hier, so wie auf der 28, zurück und einstellen. 11 ist bei 54%, da 25, 50 ist noch nicht bei, 28 ist die 13%, oh je, das ist das gleiche grün. Also, das geht auch nicht, 22 geht auch nicht, wieso nicht? Ja, abbrechen, so ist, können wir nicht machen, dann wird 43 Imports abbrechen, weil, das geht gar nicht, bringt gar nichts, 54, wo hat er, 17, 17, 17, 17, 18, 15, 17, oh. Wollen wir einklappen, dann fahren wir euch schon 17, aber es kann schon sein, dass wir zu weit voraus kommen, das geht auch noch weg, auch gleich weg, links, 0, das wollen wir nicht haben. Alt, links, 0, das ist, Menü, Alt, links, Tränk, links, und Pfeil. Warte, Pfeil? Auf jeden Fall meint er. Also, die sind wir bitte. Wege dir die 30. Warte, auf jeden Fall. Wir warten jetzt 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 19, 20, Tja, wieso kommt das kein Menü nicht mehr? Endplan, ist doch schlecht. Alt, links, Keyword 0. Feld Nummer 17. Ja, wer lest, er liest keinen Planvorteil. So, das wird ein Schleier. Ach klar, geht's damit. Achso, okay. Gut. Das nervt mir die Blinke, ich hab nichts zu verkaufen. So, die Arbeit noch fleißig. Aber wir werden mal hier im Hof gehen, wo die BGH macht. Null, muss ich geahnt haben. Wir werden nach vorne fahren. Rezept. Uh. Mit einer Kriegel? Glaub nicht. Bisschen eng, wa? Ja. Ja, wuuu. 80.000, gut. Immerhin. So, hier ein bisschen malen, malen. Verkehrter Modus, aber Speichern ist gut. Und zwar Bohnentyp. Malen. Mal schauen, wie mit der Maus drin bleibt, mit dem Hauptmonitor. Und zwar Bohnentyp. Normalerweise Die Ecke machen wir noch nicht, da werden wir wahrscheinlich hinbauen, hier genau gleiche, und da auch, hier auch noch eine Halle hinbauen. Diverses, haben wir noch schönes, Bioheizwerk, da sind die Hallen von, Fettmutz, Lappen kommt später, Kaltstation, Düngerstation, Treibhaus, Hof, Sandstelle, Kärcher, Erleuchtung, Erleuchtung, Erleuchtung. Farmhaus, das ist schönes hier. Das Gutshaus, das ist genau richtig für mich, das entspricht meiner Vorstellung. Hochscheune, Lichter, nur Vogelscheuche. Tja, Weihnachtsbaum. Bisschen früh, später. Hallen, Silos, Tierhaltung. Ich überlege, ob wir unseren Kuhstall, also ein paar Kühe, die wir haben, den richtigen Milchhof reinzubringen. Weil dann wäre das, wie soll ich sagen, dann wäre das ein bisschen, dann wird es funktionieren, einfach auf Schlag. Vor allem könnte man sicher sein, wie die Milch. Aber wenn ich den Kuhstall kaufe, habe ich kein Geld für die Milch, äh für die Kühe. Gewähr ist es nicht, Silos auch nicht, Hallen. Eine Halle mit Tor. Die Leinbinderhallen sind schön. Mal gucken, weiter hoch. Das muss ja auch ein bisschen reinpassen in das System. Okay, mir geht das schon wieder hoch, der Bursche. Und hier geht er hoch. Aber ich muss noch so setzen, dass wir noch gut durchgekommen. Check. Jetzt so ein bisschen drehen. In die andere Richtung. Dann können wir hier ein bisschen abschließen. Wahrscheinlich, wenn wir da hinten ein bisschen anpassen. Anpassen. Anpassen heißt. Anpassen heißt. Das ist jetzt Bodentyp. Ich wollte jetzt aber ändern. Absenken, verschieben, planieren. Das heißt, die Kante aber noch ein bisschen wegnehmen. Dann kriegen wir noch eine Halle hin. Gerda Modus. Ob wir die Hallen brauchen, ist die andere Frage. Aber erstmal haben, ne? Wir haben noch etliche Geräte beim Händler zu stehen. Maschinen. Das passt so. Dann kommt hier eine entsprechende Halle hin. Hier ein bisschen planieren. Das werden wir hier ein bisschen anpassen. Die Kante noch hier. Das wird nicht gleich vom ersten Mal runterfallen, ne? So. Pix. Auftragen. Dann machen wir hier alle schön hier. Die Ecke hier. Alle schön versiegeln. Und nebenbei fahren die anderen Schulden und erarbeitet uns das Geld hierfür. Das mache ich auch gleich ein bisschen mit. Schick, schick. So. So passt das schon irgendwie. Erstmal so, ja. Dann Traktoren hier stehen. Und hier können die großen Geräte reinfahren. So. Jetzt hat man das wiesen Wetter an. Wetterwässig. Was kommt hier? Oh. 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 Regen. 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 Oh. 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 ein hof schlachthof hier haben wir den platz oder für man auch das machen hier müssen wir angleichen das sind doof mit drin zu großzügig gewesen dann muss ich wieder angleichen na gut wieder einsammeln irgendwer wollte wasser haben wasser haben sie jetzt auch noch mal zumachen so sind wir fertig hier soll ich fertig sein ach ja das soll wieder wohnen fertig so lieben schau das war's schon wieder heute wieder jetzt hab ich nicht gezaugt da seid mal viel zu wenig gemütliche Verzauung jo ich danke für reinschauen wir hören uns jetzt vielleicht so gut vorgehen tschüss